Ja, mein Lieber, mein Junge auch. Ich bin in Deutsch, ich bin in Deutsch, ich bin in Papa. Weil ich Papa so schön und schön da. Ich bin halt alleine, weil vor 6,5 Jahren hatte ich, als Gefährte mit dem Nieser Lang zusammen war, einen tödlichen Motorradunfall. Marc ist geboren worden, als sein Vater schon tot war und er weiß ja gar nicht, wie das ist. Er möchte aber gerne wissen, wie das ist, einen Papa zu haben. Und das ist schon ziemlich hart, wenn er dann also sagt, Mama, ich möchte jetzt wieder einen Papa. So kriegen wir einen her. Fräulein Flauschig! Hallo! War gut? Das ist ein Scherzkrieg, ne? Na, sag mal Tschüss!